Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Bei uns hat es geschneit wie Sau. Ich hasse Schnee. Ich hab's gestern schon gesagt. Ey, ich will Sommer haben. Aber egal. Wir traden momentan bei ungefähr 46.500 US-Dollar. Wieso, weshalb, warum? Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, bevor wir jetzt starten. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt sofort los. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 46.500 US-Dollar. Ihr seht hier, ich hab hier mal ein kleines FIP-Level gezogen von dieser kleineren Korrektur oder von diesem Rücksetzer von gestern. Und ihr könnt ja ganz genau sehen, wir sind am Golden Pocket rejected worden. Wir sind zwar nochmal mit einer 4-Stunden-Candle drüber gekommen. Auf knapp 47.250 US-Dollar wurden aber sofort wieder abverkauft. Für mich aber generell sieht es momentan sehr bullisch aus. Nachdem wir drüber geredet haben, okay, wir haben eine CME-Gap gefüllt, sind dann in Richtung 44.000 US-Dollar. Ich hab sogar damit gerechnet, wir gehen nochmal auf die 43.600. Es ist noch nicht ausgeschlossen, wir haben Wochenende, also immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich will es nicht beschreien, dass wir jetzt nie wieder hier die 43K sehen. Es ist weiterhin eine Möglichkeit, einfach sobald wir vielleicht nochmal ein bisschen höher gehen und dann eine kleinere Korrektur nochmal sehen. Aber egal, momentan haben einfach die Bullen die Kraft. Also ihr seht eigentlich, wir wurden V-Shape einfach wieder aufgekauft hier. Krasse Reaktion momentan. Ich vermute auch nochmal, dass wir auf jeden Fall nochmal übers Wochenende die 47.200 US-Dollar auf jeden Fall sehen könnten. Einfach um diesen Wig nochmal aufzufüllen, um nochmal ein bisschen Stärke zu zeigen. Ihr seht, das Volumen auf dem 4-Stunden-Chart war gestern auch enorm. Also dieser Pump hier nach oben von 45k bis 46,5 hat richtig Kraft dahinter gesteckt. Wir haben jetzt auch ein CME-Gap bei ungefähr 46.555. Danke Ronny auf jeden Fall, dass du es heute früh schon gleich reingepostet hast. Kommt auch gerne in die Telegram-Gruppe, damit ihr sowas zum Beispiel nicht mehr verpasst. Sowas wird immer gleich angepinnt. Ansonsten, es sieht wirklich gut aus. Wir können uns mal ganz kurz noch die Daily Candle angucken. Sieht auch bombe aus. Also mit so einem Wig sofort wieder aufgekauft worden. Auch relativ grün der Kerzenkörper auch noch geschlossen. Also richtig, richtig gut. Den jetzigen Tag müssen wir uns das noch nicht angucken. Schauen wir dann heute Abend vielleicht nochmal kurz drüber. Ansonsten sieht das wirklich gut aus. Wir haben zwar die 4 Stunden E-Mail-Rubmys kurzzeitig mal nach unten hin verlassen. Wurden wieder aufgekauft. Jetzt befinden wir uns wieder drüber. Also es sieht momentan wirklich gut aus. Die Bullen scheinen die Kontrolle weiterhin zu haben. Wir sind auch wieder in unserem Abtrend. Nachdem wir hier gestern kurzzeitig rejected worden sind, sofort wieder aufgekauft worden. Beziehungsweise mit einem ordentlichen Pump sind wir drüber gekommen. Also es sieht wirklich, wirklich gut aus. Klar, um nochmal ganz kurz den Daily Chart, habe ich jetzt vergessen anzugucken. RSI ist natürlich immer noch ein bisschen hoch. Aber wir hatten auch so Phasen wie hier drüben am 5. Oktober, beziehungsweise im Oktober, wo wir auch unseren Pump auf unserer All-Time-High hatten. Und dann einfach, sage ich mal, 20 Tage rum einen hohen RSI hatten. Also es heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir sofort wieder korrigieren müssen. Man sollte ihn trotzdem mal im Blick behaben, vor allem auf dem Daily Chart. Aber es sieht wirklich gut aus. Also kann man nichts dazu sagen. Klar, Wochenende würde ich jetzt eher ein bisschen von Trades abraten. Aber es zeigt einfach trotzdem, es sind genug Bullen im Markt. Marktbären haben momentan keine Chance. Was aber interessanterweise noch zu sagen ist, wo wir gestern diese Korrektur hatten, also hier in diesem Bereich, das Funding war sofort wieder negativ. Also es ist echt sehr interessant, die Leute shorten dann sofort wieder, weil sie sofort wieder bearish werden und sowas. Also war gut zu beobachten. Und jetzt ist auch das Funding noch nicht wirklich sonderlich hoch. Also es ist wirklich interessant, wie die kleinen Fische dann sofort wieder anfangen zu shorten oder sonst was. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin bullisch. Also solche, so einen Tag, so eine Daily Candle und beziehungsweise so einen Move jetzt nochmal nach oben hin zu schaffen, sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Gut, soviel zu Bitcoin. Schauen wir uns noch ein paar Altcoins an. Ethereum auch sehr stark. Wir haben hier sogar ein höheres Hochgebild. Klar, Bearish Divergence lässt sich jetzt nicht mehr ausschließen, aber auch guckt euch das Volumen an. Also das Volumen war ja noch krasser gestern als die Tage einfach davor, wo wir die ganze Woche hier nach oben gepumpt sind im Endeffekt. Also es sieht wirklich, wirklich gut aus. Vor allem bei Ethereum ist es entscheidend. Wir sind jetzt hier am 0,5er mittlerweile. Sobald wir hier dieses 0,5er wahrscheinlich nach oben hin durchbrechen, kann es relativ flott in Richtung 3.800 US-Dollar gehen. Schneller Pump nach unten, äh, schneller Dump nach unten. Heißt, wir haben ein Void. Das heißt, wir könnten diesen Dump hier ganz schnell wieder nach oben hin ausführen und könnten diese Woche vielleicht wirklich das Ziel von 3.800, 3.900 US-Dollar erreichen. Würde bei Bitcoin auch ungefähr Kurse von 52.000 US-Dollar bedeuten. Also Leute, ich bin nächste Woche bullisch. Wir haben nächste Woche, wir haben es gestern bei der Kryptoeule angesprochen, wer das Video noch nicht gesehen hat, gerne vorbeischauen. Dann haben wir auch noch ein paar Altcoins besprochen. Nächste Woche ist diese Bitcoin-Konferenz vom 6. bis 9. April. Also da kommen, da wird ja auch schon gemunkelt. Apple, weitere Länder akzeptieren Bitcoin und so. Das könnte nächste Woche wirklich eine Game-Changer-Woche sein, wo noch mal ordentlich Bewegung reinkommt. Vor allem ist es interessant, wir haben Inflation, wir haben das, wir haben das und Bitcoin und die ganzen Altcoins halten sich echt stabil. Mittlerweile kommt es mir, also persönlich, ich meine, ich weiß nicht, was ihr davon hält, könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, dass Bitcoin und Kryptowährungen langsam aber sicher möglicherweise als Inflationsschutz dargestellt werden beziehungsweise die Leute immer mehr sehen, okay, ist vielleicht doch was gegen Inflation, jetzt nicht explizit nur Bitcoin, aber auch generell Kryptoaktien etc. Weiß nicht, würde mich mal eure Meinung interessieren, was ihr davon haltet. Schreibt es unten gerne in die Kommentare. Gut, Cardano sieht auch Bombe aus momentan. Also klar, hier fehlt noch ein bisschen Volumen, deutlich abfallendes Volumen, aber der RSI hat die auch deutlich nach unten korrigiert. Also auch Cardano sieht für mich absolut gesund aus, auch wenn ich mir hier auch nochmal einen Move in den Bereich von 1,05 bis 1,07 vorstellen kann, nachdem wir hier mit dem WIC es nicht ganz geschafft haben. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt nicht zu bullish werden, immer noch ein bisschen zurückhalten. Wir haben Wochenende, es kann immer noch ein kleiner Rücksetzer in die Region bei Bitcoin von 43k kommen, deswegen Cardano nicht abschreiben, aber trotzdem auch Cardano sieht wirklich gesund aus. Gut, dann Litecoin. Litecoin habe ich gestern noch einen Trade aufgemacht, so eine Art, ich sage jetzt mal, Swing-Trade-mäßig habe ich den aufgemacht, einfach um ein bisschen zu hatchen, sage ich mal, mehr so langfristig hier wieder einen Trade aufzumachen, nachdem mein letzter hier oben ausgestoppt wurde, beziehungsweise nachdem ich den oben zugemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, habe ich ja glaube ich auch im Livestream gesagt, hier die Region um 120 US-Dollar würde auf jeden Fall interessant, hier langsam rein zu hatchen und immer wieder ein bisschen zu vergrößern. Sieht auf jeden Fall gut aus. Auch hier 0,382 Reaktion, pump nach oben, 4 Stunden im Ribbons, haben wir jetzt nach oben hindurchbrochen, also es sieht auch wirklich gut aus, der ganze Markt sieht eigentlich momentan wirklich gut aus. Bitcoin-Dominance sinkt weiter, heißt aber für mich ehrlich gesagt, wenn jetzt nächste Woche irgendwelche News kommen, werden wahrscheinlich die ganzen Leute eh wieder in den Bitcoin rein hatchen und so und dann verlieren die Altcoins, beziehungsweise gegenüber Bitcoin werden die Altcoins wieder ein bisschen mehr verlieren. Aber ihr seht, es sieht wirklich Bombe aus. FTM fängt jetzt langsam wirklich das Pumpen an, auch hier habe ich mir ordentlich Spot nochmal nachgekauft, wir haben jetzt wichtig diesen Dump hier drüben aufgefüllt, also das heißt, dieses Void da drüben ist gefüllt, jetzt wird es wichtig, das Hoch bei ungefähr 1,71 Dollar rauszunehmen auf jeden Fall und dann hier wirklich den nächsten Pump in Richtung 2 Dollar zu starten. Also es sieht auch bei FTM, klar, RSI ist relativ hoch, wir haben ja aber ein gutes Volumen reinbekommen, also Volumen steigt langsam ein bisschen, würde ich mir aber auch noch ein bisschen mehr Volumen, also so einen richtigen Pump einfach nochmal reinwünschen und dann nochmal eine kleinere Korrektur vielleicht auf unseren gelben Abtrend, der jetzt eigentlich nicht mehr so valide ist, aber trotzdem, wir lassen den jetzt mal so drin. Ansonsten würde ich sagen, gibt es echt nicht viel zu sagen, wir haben Wochenende, eigentlich Finger weg vom Trade, beobachtet es einfach, es sieht wirklich gut aus, HODL Portfolio freut sich, Trade Portfolio freut sich einigermaßen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, nachdem es keine News gibt, außer USDT stürzt ein Wertverlust und Shitcoin vorprogrammiert, war natürlich ein kleiner April-Scherz, habe ich mir wirklich Mühe gegeben, diesen Artikel zu schreiben, also schaut ihn euch gerne an, war ein kleiner Funfact, aber trotzdem, Fazit zählt bei Bitcoin and HODL. Würde ich sagen, war ein gutes Schlusswort, lasst ein Video ein Like da, abonniert den Kanal, wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder, freue ich mich drauf. Ansonsten schön verschneiten, vielleicht sonnigen Tag, wir hören uns morgen wieder und wie immer, stay crypto, ciao, ciao. So. So.